Ok Leute, willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2. Nathan ist hier schon am verbluten und es wird Zeit, dass wir weiter machen, sonst verblutet er wirklich noch. Wir brauchen hier irgendwo Hilfe, weil beim letzten Mal, da sind wir in einem Zug aufgewarscht und... Wie komm ich denn? Muss ich da... Hallo? Ach, muss ich runter? Okay, ich kann nicht nach links, dann muss ich da hier... Oh Gott, lass dir Zeit. Du verblutest, ich hab Respekt vor dir. Ja, komm schon, da schaffst du. So, zack. Also beim letzten Mal, da sind wir so in einem Zug aufgewarscht und da ist er runtergefallen und dann sind wir fast gestorben und dann, ja, hat der Nathan einen feuchten Traum und wir sind dann doch aufgewacht und, ja, immer zwischen zu können. Irgendwas mit einem Banküberfall. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie viel musst du aushalten? Die ganze Zeit fällt da irgendwo hin und so. Oh Gott. Ja, wenn ich grad von diesem Spiel so, wenn ich grad das Spiel hier so spiele, fällt mir immer an Last of Us ein, weil das ist ja dann das neue Spiel von Nordidark. Das wird voll cool. Okay. Äh, die Pressekonferenz, die war grad gestern. Heute ist der 6.06.2015, ja. Und ich nehm das jetzt auf. Ich lass vielleicht, vielleicht so in zwei Wochen und eine Woche hoch. Aber jedenfalls nicht heute. Das ist ein Dolch oder so. Willst du sie jetzt selbst umbringen? Mach ich das nicht? Nein. Das ist böse. Okay. Oh, das sieht böse aus. Wirf das weg. Das ist böse. Das besetzt dich noch oder so. Oh, jetzt ist wieder eine Zwischensequenz. Istanbul. Vier Monate früher. Oh, das erklärt einiges. Wir sind in Istanbul. Magst du das auch? Das ist in der Tokai. Seht ihr, ich bin von der Tokai. Das war mal Konstantinos. Okay, ne? Also, ich kenn mich voll aus. Mit Verskundung, bleib cool. Oh, ich darf das nicht vorlesen, weil die sagen das ja. Oh, ich halte die Klappe aufwängend. Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Kein einzigen. Jo, kein einzigen. Super. Ja, ich hab's auch gemerkt. Oh, was? Oh, wieder durch die Kackröhre. Kackröhren. Die Giebe gehen immer durch die Kackröhren. Jetzt zählen wir mal auf, in was für Filmen und Spielen gibt es Kackröhren. Also, was mir spontan mal einfällt, ist hier Johnny English. Da gibt's eine ganz derbe Kackröhre, wo der durchdrehen muss. Dann gibt's noch hier Mafia 2. Mafia 2 ist noch ein Spiel. Da muss man durch eine Kackröhre. Und jetzt hier anscheinend sein. Das reicht. Drei Spiele mit Kackröhren. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das. Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was hab ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay. Und den hier nehm ich. Und denkt dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenn den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? Das ist in Ordnung. Oh Gott, es ist so langweilig, hier nichts zu sagen. Ich sag's euch. Ich weiß nicht, ob ich hier in den Zwischenserkönsten einfach die Klappe halten soll, oder ob ich da... ...drüber rede, weil es gibt ja schließlich... ...Wir sehen uns später. Äh, Untertitel. Kannst kaum erwarten. Uh, kannst kaum erwarten. Cool, yeah. Geschlechtsverkehr, tschüss. Uh, er freut sich schon. Wir müssen ins Wasser springen, da ist voll Kacke drin. Was sollte ich sagen, ja, wegen den... ...sperchen und so. Ich glaub, ich laber da drüber, weil es geht ja hier ums Let's Play und hier nicht um das Spiel. Weil wenn ihr das hier alles mitkriegen wollt, dann spielt es selber ja. ...der geizigen Geizhälzer. Äh, halt dich fest. Hallo? Oh, so rüberspringen kann man jetzt. Hallo, spring doch. Ja, genau. Aber man muss nur so... Dann so und ja. Man muss halt immer X drücken, wenn man springen will. Und das ist dann ein bisschen voll schwer. Naja, nicht wirklich, aber... Ähm, die haben das schon gut gemacht hier mit den Kletterpassagen. Es gibt ja viele Spiele, die das nicht so gut können. Das kann nicht sein. Naja, mir fällt da keiner sein, aber egal. Also, hier ist es okay. Wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen. Und dann sind wir drin. Wie kommen wir da hoch? Da schien irgendwie... Also, nee, ich glaub nicht. Was soll das? Hilf mir einfach. Ah, ne, der Räuberleiter. Komm, gib mir Räuberleiter. Gib mir Räuberleiter. Ja, genau, jetzt muss ich hier ein Dreieck drücken. Toll, und da kommt so eine Leiter und da... Ah, es ist schön, dass hier eine Leiter ist. Schön, dass hier auch keine Leiter weiter hoch geht, weil das ist ja... Die braucht man ja nicht. Jeder kann so klettern wie hier, Drake. Das ist ja gar nicht dumm. So. Egal, ich will mich hier nicht beschweren. Ich bin nicht fest Beschwerender und... Uh, was ist das? Ein Gulli. Da ist Licht irgendwo. Oh, das bin ich. Okay. Do not. Was steht da? Ich will das lesen. Was steht da? Ja, komm. Kletter raus. Lahme Oma. Okay, was steht da? Ich will das lesen. Äh, fragile. Do not stuck. Okay, super. Das wollte ich wissen. Okay, gehen wir weiter. Warte mal, gibt's hier noch einen Schatz? Oh, wer weiß. Oh, ich hab gar keine Waffe mehr. Oh, wie nervig der jetzt. Hab ich nicht mal meine Waffe. Oh, halten. Komm, geh weg. Muss ich hier halten. Komm her. Mach hin, Mann. Oh, dann ist es mit zum Bund. Ich halte nicht. So, jetzt halte ich. Zack. Jetzt bist du auch da. Super. Komm, glitter hoch. Oh, toll. Die Leit ist runter. Hab sie dir runtergeworfen? Ja, klar. Das ist ja nicht mit Absicht passiert. Das hab ich gemerkt. So. Sie machen das meistens nur, damit man hier auf den Partner wartet, wenn man hier einen Partner mit sich hat. Weil das ist, was hier damals so. Okay, hier geht's zum Hof. Wo geht's zum Hof? Ah, da drüben. Super. Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut noch. Oh, die brauchst du noch. Oh, was für eine Busse. Hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Absperrventil. Okay, dann gucken wir mal. Ja, hier. Oh, da ist was. Nee. Wie das ist das Spring? Oh, springen wir so auf der Stelle. Ist ja gar nicht dumm. Okay. Da gibt's, muss ich runter oder was? Ah, hier drin. Oh, ist ne Leiter. Oh, die habe ich nicht gesehen. Tut mir leid, Leute. Oh, was? Ja, genau. Hier ist ein Absperrventil. Aber ich muss drücken. Oh mein Gott, das ist voll schwer. Oh, das ist voll hardcore. Oh, ich kann nicht. Nicht mehr zum Glück. Zum Glück hat sie aufgehört. Schön hier runtergehen. Mit dem Kreisknopf kann man hier runterspringen. Immer schön. Und auch mein Gott, jetzt muss ich da. Uiuiuiuiui. Aber das war komisch, aber egal. Wir haben es geschafft. So, und dann müssen wir auch hier nochmal oder was? Jeder weg. So, und dann hier rüber. Och, Kreiskampf habe ich doch vorhin gerade gesagt. Hey, hallo, spielen muss ich ja nicht alles nochmal erklären, was ich gerade gesagt habe. Was ich cool finde, ist hier auch die Taschenlampe. Die geht so schön mit, wenn man in den rechten... Okay, Deckung geht. Rechten... Was sollte ich sagen? Rechten Stick bewegt, genau. Oh, da ist eine Wache. Hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Ich frage mich, ob die nicht stinken müssen mit dem ganzen Kackwasser, wo die drin waren. Das sollte doch auffallen. Sind die Wachen immer so... ...Kackwasser immun oder wie? Oh, guck dich das an. Oh mein Gott, da hinten, der Typ. Guck dich das an. Ich habe gedacht, das wäre so eine Wache oder so. Oh, ähm, es gibt es hier nichts mehr. War das natürlicher. Wird das gedacht. Oh, ja, toll, müsste man nach Hause gehen, abgeschlossen. Oh, das ist vorbereitet. Oh, das ist vorbereitet. Oh, ich kann mich doch weitermachen. Oh, fuck, ich wollte eigentlich nach Hause meine Pornos angucken. Letztes Mal noch nicht. Klasse. Und was jetzt? Ich kann sie entschärften, wenn wir den Verteilerkasten finden. Der Verteilerkasten, wo ist der wohl? Oh, da leuchtet was. Juhu, ein Schatz. Yeah, ich bin reich. Wisst ihr, der ganze Raum ist voller Schätzchen. Der nimmt nur so einen kleinen Ring. Okay. Mal einen Start drücken. Was mal einen Schrank. Wie viel ist der wert? Hallo. Okay, der ist nichts wert. Der ist kacke. Wieso habe ich den aufgehoben? Okay, Moment. Hier kann man doch sicherlich irgendwie hoch, oder? Kann ich hier weiter? Nee, da geht es nicht hoch. Nee, da geht es auch nicht hoch. Aber wo kann ich hier hoch? Hilf mir doch. Kannst mir eine Räuberleiter geben? Ich stimmt CD, das wieder und ich bin der Einzige, das nicht sieht. Okay, Moment. Mit TV's auch voll dauernd. Ich muss den vielleicht heller stellen. Gibt es hier vielleicht? Ah, hier? Ja, genau, hier ist der Verteilerkasten. Wer hätte das gedacht? Ja, drückt es runter, los. Gut gemacht. Das fällt auch gar nicht auf, wenn jetzt hier der ganze Strom ausfällt. Da ist trotzdem noch Licht. Okay. Tatatada, wir sind eingebrochen. Und wir stiegen gar nicht nach Kaka. Mist, genau. Ich stieg nicht nach Mist. Oh, das soll ich mir wachen. Hm, okay. Drücken Sie. Aha. Und zack. Oh, Girodemo. Du bist tot. Und er liegt da. Toll. Drücke ich mal hier den Knopf runter. Oh, kann ich das nicht? Ich möchte gerne den Knopf runterdrücken. Und dann läuft das so geschmeidig nach unten. So geduckt. Aber es geht anscheinend nicht. Okay. Oh, was ist da los? Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Das Tor da drüben. Okay, dann los. Wie wollen wir da hin? Oh mein Gott, springt einfach runter. Ja, kann ich auch. Siehst du, ich bin Profi. Schnellkreis drücken. Aber ich liebe das Deckungssystem. Halten Sie Dings gedrückt. Okay. Nach vorne. Ich drück doch nach vorne. Ah, ja, hier ist die neue Wache. Die neue Wache haben sie neu eingestellt. Hallo, ich drück doch. Ich drück doch den. Komm, gib mir dein. Du bist tot. Oh, voll an die. Wir müssen auf den Balkon da. An die, wie heißt es? An den anderen hier in die Wand. Oder kann da hochklettern, okay. Wer hatte das gedacht, dass man da hochklettern kann. Also ich hätte nicht gedacht, dass man da hochklettern kann. Aber der macht das, da macht das gerne nach. So, da geht es hier. Hupputeln? Springe ein bisschen. Aber da springt er einfach über. Hupputeln. Ai, 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 ai. Sieht das nicht nd процесс. Ich nehme den anderen. Geh los. Gehst du? ich traue mich nicht Heia Punkt Karate Punkt hat hat ich bin der Beste ab geht's da weiter was voll spannend Leute okay es ist voll spannend hier muss ich in der Falle nachrichten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei das Pläne schattet zu hohe von display Spenser ich bin ich letztens ich warte darauf um den Park zu werden was willst von mir um ja bis zum nächsten Mal Dankeschön Tschüss Tschüss